Jean-Julie de Lesbenesse war eine französische Salonniere der Aufklärung. Leben Julie stammt aus einer außerehelichen Beziehung ihrer Mutter Julie Dalbon mit dem Grafen Gaspard Nicolas de Vichy, einem Bruder der Marquise de Derfant. Sie wurde nach einem Landgut Lesbenesse benannt. Eine gewisse Zeit lebte sie in einem Kloster. Dann war sie zunächst Lehrerin und wurde 1754 von ihrer Tante, der blind werdenden Madame de Derfant, in deren Salon nach Paris geholt. Letztere war nach dem Tode ihres Mannes, dem Marquise de Derfant, in die frühere Wohnung von Madame de Mont-Espan in einem ehemaligen Kloster, Coventesville de Saint-Joseph in der Eroise Saint-Dominique in Paris gezogen. Im April 1754 also zog Julie de Lesbenesse zu ihrer Tante, wohnte zunächst in einer Wagenremise und später in einem Zimmer über der Wohnung in der Eroise Saint-Dominique. Julie half ihrer Tante beim Ausrichten und Empfang der Salongesellschaften und machte viele Bekanntschaften. Dort ging sie eine tiefe platonische Partnerschaft mit dem Aufklärer der Lambert ein. Marquise de Derfant war blind und hatte die Angewohnheit, nur spätabends zu empfangen. Gäste zogen es vor, zunächst die Gesellschaft von Lesbenesse aufzusuchen und gingen danach erst zu der älteren Gastgeberin. Dies führte im Mai des Jahres 1764 zum Bruch der Frauen, so dass Julie des Lesbenesse sich genötigt sah, eine eigene Bleibe zu suchen. Sie wählte als ihr neues Domizil ein dreistöckiges Haus an der Kreuzung der Eroise de Bellichas und der Engrat 6 Eroise Saint-Dominique etwa 100 Meter von ihrem früheren Wohnort entfernt. Dort gründete sie ihren eigenen Salon mit Hilfe von Marie-Thérèse Roudet-Gioffrin und der Marschallin de Luxembourg. Dort verkehrten die größten Literaten und Philosophen ihrer Zeit, vor allem die Enzyklopädisten, als deren Muse sie oft bezeichnet wurde. Sie gehörte außerdem zum Salon der Philosophist dem Madame Helvetius-Vorstand. Obwohl nicht besonders hübsch und später auch durch Blatternabend gezeichnet, musste sie jedoch eine unwiderstehliche magische Anziehungskraft gehabt haben, denn sie hatte nicht wenige Liebschaften. Unter anderem mit Jose, Pignard, Delay, Marquise de Mora und Jacques-Antoine Hippolyte, Conque de Guibert, denen sie glühende Liebesbriefe schrieb, die später veröffentlicht wurden. Zu dem wichtigsten philosophischen Werken einer Trilogie, die im Jahre 1769 entstanden war und in Dialogform geschrieben wurde, rechnet man den Le Réve de d'Alembert. In diesem Fiktionarin-Werk von Dennis Diderot werden er selbst, MLLI de Lesbenesse, D'Alembert und Theophile de Bordeaux in Szene gesetzt. Deutsche Ausgaben Die Liebesbriefe der Juli de Lesbenesse Übertragen und eingeleitet von Arthur Schurig Lehmann, Dresden 1920, Reprint, Bremen 2010, ISBN 9783867412179 Briefe einer Leidenschaft 1773-1776 C. H. Beck, München 1997, ISBN 3-406-42336-1 Auszug datiert, Dienstag Dezember 1795 In Robert Danton George Washingtons falsche Zähne oder noch einmal Was ist Aufklärung? E. B. D. 1997, ISBN 3-406-423671-S35F Da Headstone Hitler OHG OHG E. B. B. Jason